Also immer das Gleiche. Jessica Petito, French Throwdown, Workout 2. Und Spinnseil. Okay. Hier waren wir. Du bist auch hier zu Hause. Nein, das ist ein bisschen besser für dich. Ja, voll. Also wenn du jetzt hier drückst und dort drückst du gleichzeitig. Soll ich jetzt herkommen, bin ich bereit. Ich muss auch die Finger schalten. Aber du kannst das so. Also mit Singelands muss ich anfangen. Singelands, Pushups und dann den Rest. Genau. Ja. Ready. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10. 5 3 1 3 So. Okay. Let's check it out. You're tight. 3 3 5 6 4 5 5 5 6 7 8 Start. 7,8,3,2,1 Komm her. Es ist ein wenig zu tun. Cool. Let's go. So we water. Okay. Oh. 2,3 Meter pushen. Push auf ihn ab. Zack? Zack. Gut, das ist ein Start. 2 Das war's. 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 22 20 20 23 20 20 21 23 22 22 25 20, die letzte 5. Schön. Ja, ist lang. Easy. Vierte Runde fertig. Noch vier Minuten vier. Noch vier Minuten vier. Jetzt komme ich. Sechs. Siebt. Siebt. Siebt sieb, siebt sieb, siebt sieb. Füße bitte. Na 3.30 Uhr. Hallo! Was ist das? Was ist das? Let's go! In der Tür. Wie ist das? 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 Helt ungeliegend nachdenken. 20. Wie ist das? Hier. Sart. Siebel. Für Siebel. Gut. Kommand. Wie ist das in Ordnung? Ja. Schön, neun Liter. Danke. Schön, neun, 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 neun. Schön, neun, 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 neun. Schön, neun, 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 neun. Schön, neun, 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 neun. Das war das schlimmste Tag. Du Schatz? 25, oder 50? Ja, das ist gut. Ich glaube, die ersten vier Sätze habe ich immer auf fünf runtergebrochen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich anziehen muss. Dann habe ich irgendwie mal zehn gemacht. In den Seenböden, in den Oberarien. Ich bin letztendlich die letzten zwei so gebraucht. Das ist auch ein lustiges Workout. 25 Liegestütze, aber fünf Hang Squats. Frau, sie sind mega, die sind mega easy. Ich fühlte mich als geschwönt. Liegestütze, normale Liegestütze. Mit nicht einmal Hand Reelings oder auf den Kleinen. Weil RX wäre es 75 Double Unders. 25 Kipping Handstand Push-Rubs. Und auch fünf Hang Squats. Mit welchen? Frauen 70. Per 100. RX. Und beim French Pro dann ist es einfach irgendwie Scaled, Intermediate, RX Elite oder so. Also weisst du, ist mega Pimp. Wenn sie nehmen das Skate, nehmen sie 20. Jetzt habe ich den ersten für die Zweiten gemacht. Und jetzt habe ich den ersten für die Zweiten gemacht. Und dann mache ich etwa in der Mitte Stunden. Aber es ist lustig. Nur so für dich. Oh, ganz schön. Heng's Wachter in Beut, für die Zweiten. Überliefer. Was ist denn, was das vor Ort mit meiner Karte eine Angriffspunkte? Ja, jetzt am Morgen, die am 2. in der Klasse. Es sind ja halbwegs intra. Ich habe durch die傾te vor 2.50 Uhr. Das bastante Scheisse. Das ist wahrscheinlich hier. Es passiert wirklich wirklich zu stellen, und ich habe das Gute zu mir ein. Es ist mega richtig. Schöpf-Sicherste. Was heißt machen? Daffee für Shopping. Vielleicht Shopping? Ja. Kaffee für jetzt. Hier ist mit Kaffee fett. Gehen wir dann noch mal ein Schalt, oder?